Moin Jungs, da bin ich wieder mit einem supergeilen neuen, ja okay, bereits leicht gepatchten Money Glitch. Und zwar, ich fange am besten gleich mal an, damit das Video nicht so lang dauert, weil es wird ein bisschen länger gehen als die anderen Videos. Ballerina hilft mir dabei, gell? Ja. Ja, sehr schön. Ich zeige euch erstmal gerade, was ihr braucht und zwar hier auf der Karte. Hier braucht ihr, also insgesamt braucht ihr drei Apartments. Hier ist mein erstes Apartment, wo ich den Lowrider habe, den ich duplizieren möchte. Im Moment sieht man es nicht, weil die Punkte in der Garage sind. Dann, das ist die zweite Garage, an der wir den Glitch durchführen. Der muss voller Karin Rebell sein oder andere Fahrzeuge. Auf jeden Fall, es muss halt irgendein Karin Rebell sein, den ihr dann nachher ersetzen müsst. Also mindestens zwei müssen drinstehen, es können auch noch acht andere Autos sein. Dann könnt ihr den halt, ja, einmal reinstellen. Weil ein Platz bleibt ja immer für den Karin Rebell übrig. Aber das seht ihr dann nachher. Und dann braucht ihr noch eine dritte Garage. Wozu die dritte, genau das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da muss ein Platz frei sein in der dritten Garage. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr mit dem Glitch anfangen. So, dann nehme ich mal hier diesen Moonbeen. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, am Ende von dem Video werde ich euch noch was erzählen, was mit dem Glitch zu tun hat. Weil uns hat es ein bisschen geschockt, weil die Autos am nächsten Tag nicht mehr so viel werfen. Aber dazu komme ich am Schluss später nochmal und zeige es euch genau. So, ihr müsst auf jeden Fall jetzt aus Garage 1, wo wir gerade waren, rausfahren. Und ich lasse mal die Ballerina hier. Steig mal aus, Schatz. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Auto irgendwo hin, um es zu zerstören. Hier links befindet sich die Garage, wo wir jetzt gleich das Auto duplizieren werden. Wo auch alles voller Karin Rebells steht. Also jetzt nicht in meinem Fall, sondern, ja, allgemein. Also es stehen jetzt zwei Stück drin, weil ich es halt einmal duplizieren möchte, um es euch zu zeigen. Dann tue ich jetzt hier eine Haftbombähe an das Auto hin. Ihr könnt es auch dann mit dem Raketenwerfer nachher machen oder Granate oder scheißegal. Es muss auf jeden Fall nachher zerstört sein, damit ich es bei Morse wieder anfordern kann. So, und mein Schatz tut mich jetzt mit dem Scharfschützengewehr. Also sie stellt sich ein bisschen weiter weg, dass wenn ich gleich wieder spawnen, ist relativ wenig Zeit zur Verfügung, um den ganzen Glitch durchzuführen. Deswegen geht sie ein bisschen weiter weg, dass die Chance etwas höher ist, in meiner Nähe von der Garage zu spawnen. Weil ihr habt nicht so viel Zeit mit der Methode. Und, also ich wäre jetzt soweit, wenn du möchtest. Hast du mich im Visier? Ja, ich hab dich im Visier. Es geht. Es kann sofort losgehen, wenn du dein Okay gibst. Alles klar, dann tue ich jetzt die Haftbombe zünden und sie wird mich dann gleich erschießen. Alles klar. Und bevor es losgeht, möchte ich noch ganz kurz sagen, ihr müsst dann, wenn ihr tot seid oder erschossen wurdet, sofort Viereck drücken für die Einladung 1 gegen 1 Deathmatch. Und dann schnell X spammen und dann ein Straßenfahrzeug zu klauen. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, aus zeitlichen Gründen, weil ihr irgendwo blöd gespawnt seid, dann könnt ihr es so oft wiederholen. Also es passiert nichts. Wichtig ist halt nur, dass das Auto einmal zerstört wurde. Und danach habt ihr eigentlich mehrere Möglichkeiten oder mehrere Chancen. Ihr müsst den Glitcher nicht von neu anfangen. So, das wollte ich noch nicht sagen. Ja. So, Schatz, ich zünde. Alles klar. So, jetzt Viereck drücken und X spammen und hoffentlich spawne ich in der Nähe von der Garage. So, ich bin jetzt gespawnt. Ganz wichtig ist jetzt, irgendwo ein Straßenfahrzeug zu nehmen, das ihr auch in die Garage reinbekommt. Also kein Polizeifahrzeug, Krankenwagen oder LKW. Schatz, bist du bereit? Ich bin gleich da. Ja. Dann nimmt der andere Spieler die Einladung ein für das Deathmatch und jetzt, wenn das schwarze Bild kommt, schon kommt X, 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 X. Und schon seid im Deathmatch drin. Jetzt könnt ihr ganz normal über Morse, dass das überhaupt geklappt hat, könnt ihr über Morse euer Fahrzeug wieder anfordern. Und ihr müsst jetzt auf jeden Fall hier in der Garage bleiben und euer Kumpel oder Mitspieler, in dem Fall Ballerina, muss das Fahrzeug holen. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch jetzt nicht zu weit von der Garage wegbewegt, weil Schatz, steig doch auf dein Motorrad auf. Was hast du für Hänger heute? Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass dann euer Freund das Fahrzeug holt. Weil wenn ihr es holt, dann seid ihr zu weit weg von der Garage, dann funktioniert der Glitch nicht. Und wenn ihr den schwarzen Bildschirm habt, dann müsst ihr beide gleichzeitig X-Spammen und wenn ihr dann so da standet, wie wir gerade im Deathmatch und das Fahrzeug, wo ihr genommen habt, von der Straße ist verschwunden, dann hat der Glitch geklappt bis dahin. Wenn das Fahrzeug da sein sollte, dann müsst ihr den kompletten Glitch von neu anfangen. Also wieder das Fahrzeug, das ihr so plizieren wollt, in die Garage fahren, dort wieder rausfahren, irgendwo hinstellen, kaputt machen, Deathmatch starten und und und. So, jetzt müssen wir einfach nur warten, bis bei der Ringer wieder da ist. Schatz, erzähl mal was. Ja, ich hole jetzt gerade ein Auto. Warte. So. Und ich fahre jetzt wieder zur Garage, wo der Schmetti steht. Schmetti. Der Schmetti oder zur Schmetterling oder Zeddy oder je nachdem, wie ihr ihn nennen wollt. Sprutzglücke. Jetzt gländet ihr ja irgendwelche Musik ein, oder? Ach komm, was ist das für ein chick Auto. So Schatz, ich komme. Ja, ich freue mich. Starts da. So, bitte schön. Aussteigen her. Oh, gehen wir noch nicht im Weg. Alter, ich habe meine eigenen Probleme. So, jetzt müsst ihr das Auto einfach in die Garage fahren, Dann kommt die Meldung und einfach nichts drücken. Das verschwindet automatisch wieder. Dann wählt ihr das Fahrzeug aus, das ihr ersetzen möchtet. Und das ist in dem Fall der Karin Rostiger Rebell. So, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr ganz normal wieder aus der Garage raus. Und auf der Minikarte seht ihr schon euer persönliches Fahrzeug. Es wird nur auf der Minikarte angezeigt. Das ist unsichtbar. Ich zeige euch das jetzt gerade mal. So, ich setze jetzt gerade auf das unsichtbare Fahrzeug, mein persönliches Fahrzeug. Und da gibt es jetzt zwei Methoden. Also ich nehme jetzt die Methode vom Wildfinest Gamer. Ich habe ihn mal jetzt unten in den Link in die Beschreibung verlinkt. Dann könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen. Aber ihr könnt es auch mit dem Cargo Bob machen. In dem Moment, wo ihr halt einen Cargo Bob habt, könnt ihr einfach mit dem Enterhaken an das unsichtbare Auto hin. Also euer Mitspieler muss euch halt lotsen. Und sobald der am Haken dran ist, wird das Auto auf jeden Fall auch sichtbar. Dann könnt ihr das eigentlich auch machen. Ich finde es mit der Polizei einfacher, aber mit dem Cargo Bob geht es schneller. Oder was sagst du? Ja, man muss halt jetzt gleich, wenn der Zerschmetterling gestorben ist, halt die Polizei fahren und das Auto holen. Das nimmt halt ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber sonst finde ich das mit der Polizei eigentlich besser. Ja, kann man eigentlich wenig Rolls machen. Ja. Der Cargo Bob kann nicht in die Luft fliegen und so. Also für die Leute, die nicht fliegen können, so wie ich, ist natürlich der Klitsch mit der Polizei besser. Das sieht im Moment schon ganz gut aus. Und wenn jetzt oben links, wie bei mir, dran steht, dein persönliches Fahrzeug wurde von der Polizei beschlagnahmt. Dann hat alles bis jetzt geklappt. Das ist doch super, Schatz, oder? Ja, und ich glaube mir jetzt ein Auto und habe natürlich Pullen. Oh, Mann. Und warte, bis der Zerschmetterling endlich mal bei mir ist und ich ihn zur Polizei bringen kann. Beide dich mal, bitte, Schatz, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Komm, jetzt, ruf mir die Lester an. Schatz, ruf mir die Lester an. Ja, mach ich. Ich mach mal eine kleine Abkürzung, beziehungsweise Scheiße, hier geht's nicht weiter. Oh, hey. Wie kann ich mir im Service sein? Oh, hey, you're in trouble. Okay, I'll deal with it. Also, wer dann jetzt ein Polizeirevier fährt, es spielt keine Rolle. Ihr könnt selber zur Polizei fahren und euer Fahrzeug holen oder euer Freund fährt mit euch. Je nachdem, wir sind immer zusammengefahren, weil allein ist ja langweilig, ne? Ja. Du weißt, wohin? Ja. Ja. Seit gestern weiß ich das, wo die Polizeirevier ist. So, ich lass dich mal hier raus, falls das Auto gesucht wird. Ja, genau. Ja, sonst haben wir gleich wieder Sterne. So, im Hintergrund seht ihr schon mal jetzt mein Fahrzeug stehen. Dann bezahle ich 250 Dollar, um mein Fahrzeug unbeschadet von diesem Parkplatz entfernen zu dürfen. Laut Paragraph 1 Absatz GTA 5 ist es nämlich nicht erlaubt, Fahrzeuge aus der Polizei gewahrsam zu entfernen. Over and out. Proben ist alles aus. Matze, grüß dich. So, wenn ihr das Auto jetzt von der Polizei wieder zurückgeholt habt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr nochmal in die zweite Garage fährt. Also da, wo der ganze Glitch stattgefunden hat, da wo die Karin-Rostiger-Rebells drinstehen, dass ihr dort noch einmal reinfahrt. Das zeige ich euch gerade mal. Und nicht vergessen, am Ende von dem Video kommt eine ganz wichtige Information an euch. Also die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und wenn es euch jetzt nicht mehr interessiert, dann schaut wenigstens den Schluss von dem Video noch an. So, an der Garage angekommen. Fährt ihr rein, dann kommt wieder die Meldung. Die müsst ihr jetzt mit X bestätigen. So, dann haben wir jetzt noch den letzten Stellplatz frei. Deswegen auch zwei Karin-Rebells. Einmal für das Original und einmal jetzt zum Ersetzen. So, jetzt habe ich ihn genau dreimal drin. Das ist die Kopie von gestern. Da muss ich noch was dazu sagen. Das ist die Kopie von gerade eben. Und das ist das Original. Und zu allen drei werde ich jetzt gleich nochmal was sagen. Jetzt ist es nur wichtig, das Original, mit dem ihr das gemacht habt, wieder in die ursprüngliche Garage, also in die Garage 1 zu fahren. Und dann habt ihr es eigentlich schon, ja, dann habt ihr es dupliziert und der Klitsch hat funktioniert. Jetzt kommt noch einmal die Meldung, dass die Garage voll ist, bla bla bla. Und da müsste jetzt der Karin-Rostiger-Rebell drin sein, den ihr natürlich jetzt wieder die andere Garage rüber transportieren. So, da haben wir ihn schon. Und jetzt ist der Klitsch eigentlich vorbei. Das war es eigentlich schon. Und so dupliziert ihr eure Fahrzeuge. Es geht normalerweise ein bisschen schneller, aber wir haben es ja noch ein bisschen kommentiert und euch erklärt. Und von dem her hat es eigentlich länger gedauert. So, und jetzt kommen wir zu der ganz wichtigen Info, wenn ihr diesen Glitch durchführt. Und zwar, ich zeige euch mal, was dieser Moon Bean, was das Original an Wert hat. Zum Glück haben wir hier hinten gleich einen Los Santos Customs, damit ich es euch zeigen kann. So, wenn ich den jetzt verkaufen möchte, kostet der um die 640.000. Super Ding eigentlich. So, und jetzt zeige ich euch gleich mal, das ist nämlich die Kopie, die wir heute erstellt haben, gerade eben in dem Video. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, was die für einen Wert hat, an dem Tag, wo man ihn dupliziert. So, und jetzt zeige ich euch gerade mal, was der heute duplizierte Moon Beam an Wert hat. Und das sind 442.000. Also geiles Geld. Also ich verkaufe ihn gleich mal, damit ich das Geld sicher habe. Jetzt rufe ich mal kurz den Mechaniker an und lasse mir den Moon Beam von gestern bringen. So, und jetzt zeige ich euch mal, was dieser Moon Beam von gestern noch an Wert hat. Und das sind 210.000. Also ich weiß nicht genau warum, aber auf jeden Fall das Auto von gestern, es hat noch 400, was war es, 440, was ich gerade eben gesagt habe, noch an Wert gehabt. Und das Auto von gestern hat jetzt heute, einen Tag später, nur noch 210.000. Wir dachten schon, der Glitch wäre gepatcht und dass die Fahrzeuge alle jetzt kaum noch aus Wert sind. Und wie ihr seht, also wenn man das am gleichen Tag dupliziert und verkauft, kriegt es noch über 400.000. Sind zwar bis in 200.000 Euro weniger als das Original, aber irgendwie am nächsten Tag war es bei uns, bei allen Fahrzeugen, die wir dupliziert haben, wirklich um ein Drittel weniger, ähm, zwei Drittel weniger. Also ich bin jetzt überrascht, dass ihr noch 210.000 überhaupt Wert hat. Normalerweise, der andere hat 173.000 an Wert gehabt. Auf jeden Fall als kleiner Tipp, schaut auf jeden Fall, dass ihr die Fahrzeuge noch am gleichen Tag verkauft bekommt, weil am nächsten Tag sind sie weniger wert. Das wollte ich eigentlich noch sagen, das ist eine wichtige Info für die Leute, die es nicht wissen und die Garage voll machen, denken, oh, ole ole, ein Haufen Geld in der Garage am nächsten Tag gehen sie rein und ist eigentlich nur noch ein Drittel wert. Das war es eigentlich schon. Jungs, ich wünsche euch viel Spaß beim Glitchen, ich hoffe, der wird nicht gepatcht und machst auch richtig viel Geld damit. Ich wünsche dir alles was anderes. Verabschiede dich mal anständig von unseren Leuten. Ciao. Ciao.